joo schönen guten tag der era ist wieder da und wir spielen world of tanks und zur abwechslung geht es heute mal mit einem auswertungsbildschirm los warum erkläre ich dann warum das so ist also wenn man das sieht ich bin herzer gefahren wir waren im wadi bla 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 stufe 3 nichts spannendes 1900 ep war aber aus der tagesliga mit dreifach also ist es tatsächlich eher unterdurchschnittliches gefecht und so weiter wir haben 110 spotting klar wir haben gewonnen das steht hier oben so und wir hatten am ende noch einen überlebenden das ist dieser typ 64 stufe 6 scout der joker 1600 schaden gemacht sieben kills 1181 ep das high caliber top gun dualist also mit dem aufmacht da ist schon einiges da die frage die sich mir gerade stellt und warum ich dieses replay jetzt hochladen wir haben dreimal geschossen übrigens dreimal getroffen ein hoch auf den hetzer so die wichtigen und zwar typ 64 top tier ist es war ein sechser gefecht drei sechser ein paar fünfer und jede menge vier wo ich dann mit reinfalle unser team war auch mies guck mal hier 0 0 0 0 0 0 also das kommt noch dazu aber wir gucken uns mal das replay an und ich würde euch bitten so ein bisschen die augen auf dem typ 64 zu lassen weil ich persönlich ich weiß nicht was ich davon halten soll und deswegen habe ich gedacht mache ich mal ein video draus und hier schaut euch das mal an deswegen wir gucken direkt ins replay und schon geht es los die wilde fahrt wie bereits gesagt sechs gefecht wir haben drei sechser dessen m6 p 43 bis und der typ 64 meine wenigkeit als vierer hier dabei so ein bisschen kanonenfutter und wir sind im wadi so dass noch mal die kurzzusammenfassung und ja wie gesagt mein gefecht ist nicht sonderlich aufregend aber aufgrund der replay lage müssen uns erstmal das angucken und jetzt guckt schon mal ein bisschen hin guck mal wo der typ 64 ist der typ 64 ist ein scout ist ein light tank also er lungert immer noch an der base rum hängt da hinten rum moment ich mache mal hier freikamera an dahinten da steht da ist der typ 64 da wo normalerweise die tankdestroyer rumhängen und sitzt und wartet das finde ich tatsächlich schon mal so als punkt 1 total komisch um es mal nett zu formulieren komisch in die mitte fährt gar niemand links drückt niemand rechts ballt sich auch alles nur zusammen also es ist tatsächlich alles schwierig jetzt habe ich beschlossen da muss ich halt mal den scout machen ich bin durchaus relativ gut getan mein hetzer hat relativ gute ternwert ich habe ein tonnetz dabei dann gucken wir mal vielleicht gibt es ja da die option da ist ein kv 85 na klar das genau das was ich unbedingt jetzt sehen wollte was ich unbedingt haben möchte als gegner ist ein kv 85 das ist so ein das muss man haben so ja ich gebe das noch ein bisschen hin und her und ihr seht typ 64 hat sich noch keinen schritt bewegt er hängt immer noch hinten an unserem cap rum da ist ein am x12 t kriegen wir da einen schuss drauf und so weiter also man versucht das ja erstmal zu spielen ich habe den typ 64 auch bis zu dem zeitpunkt tatsächlich nur vermisst weil mir einfach irgendwie das scout fehlte und ich dachte wäre ja nett wenn man eine kv 1 wahrscheinlich irgendwie getroffen aber nichts spannendes angestellt und es steht 20 jetzt haben immer den p 43 bis aufgeklärt der ist da unten komm raus jung ja da drücke ich dem mal 100 schaden das ist okay das kann man machen sollte man sogar mal machen und dann ist er defekt 1 zu 3 aber ihr seht 1 zu 4 die fallen wie die fliegen typ 64 nach wie vor mittlerweile im cap also ja es ist weiß auch nicht es ist halt ein verkackter scout verdammte scheiße noch eins also 26 ja ihr wisst schon wie es ausgeht es ist ja soweit ja ergänzt stupid noobs das gerätsche im chat geht auch los da kommt der amx 12 t 26 unten ist alles defekt dann ist wirklich die komplette position schon verbrannt die mitte ist verbrannt wir stehen oben noch ein bisschen so der zwölft jeder muss weg so geht das so hihihi 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 so ähm schon alleine für den schluss hätte man es eigentlich auch so lassen können dann nehme ich mir halt den 12 t m ja und ich jetzt geht's los dass ich ja auch schon um hilfe rufe weil dann ja klar jetzt kommt der 85er der kv 1 kommt bestimmt auf der anderen seite jetzt kommen sie alle die sind hier da ist ein schürzel 3 auf der anderen seite auch schön schießt mit der schürzel 3 eben in den arsch und macht mir den motor kaputt ja und das war dann auch schon so weit mein gefecht nicht weiter aufregend das ist aber gar nicht schlecht ja noobs und wir sind alle doof ich war tatsächlich auch so ein bisschen am rage und habe mich schon ein bisschen bedankt weil es ist natürlich wenn der scout irgendwie da hinten so und deswegen wie jetzt zum typ 64 gehüpft der ist noch bei 100 prozent er hängt immer noch darum wo die ganze schoße losging so erfährt jetzt hier hoch er guckt er mehr da macht er hat glaube ich noch nichts selber gespottet why always heavy tank idiots ja das ist manchmal so und er fährt wieder weg also er haut wieder ab er ist wieder auf der flucht unser m6 kommt er versucht das cap zu verteidigen unser typ 64 lässt ihn alleine und haut ab so ja verstehe ich nicht also ich verstehe es tatsächlich nicht wenn er jetzt in dem waffenträger pz4 sitzen würde würde das immer geben kann ich sagen okay ja hat keine panzerung er versucht hat schüsse aus der ferne zu kriegen es ist ein scout jung und vor allem du bist top tier das ist halt einfach assi aber gut ja if it's stupid but it's works oder sowas mein englisch ist eine katastrophe mit aussprache ich bin halt echt dummer sachse aber ja jetzt nimmt er sich den mörder 38 t vor die fahren ins cap ein und wir schießen uns auf den mörder 38 t und das schießen ist tatsächlich auch schwierig guck mal er trifft er dann einfach nicht aber jetzt müssen wir mal da helfen so der m6 geht jetzt drauf bei dem versuch hier das ganze zu verteidigen ja und captain typ 64 fährt die ganze zeit hin und her also das ist halt echt schwierig ja jetzt geht das pz4h rein dort ist ein kv1 der hat noch 100 punkte da kann man doch reinfahren oder bin ich zu blöd es kann ja auch sein dass ich doof bin und das sind hier die advance taktics die ich nicht verstanden habe und ja gut jetzt ist da noch ein pzp 26 40 ja und er schießt die typ die su 85 b so ist es halt hm ist schon bei zwei kills das ist grundsätzlich hat man 100 prozent zwei kills es funktioniert ja das ist ja tatsächlich eine taktik die gut aufgeht das ist es haut ja gut hin aber die frage ist wären wir überhaupt in dieser seltsamen situation die wir jetzt haben wenn er von anfang an richtig gespielt jetzt bleibt er echt hier stehen und guckt und macht oder ist er einfach so gut dass ich einfach so scheiße bin so jetzt hat er so tatsächlich mal seine eier gefunden bauens auf sack ist natürlich schade aber da geht er in der kv1 okay jetzt ist er bei drei kills und steht 11 zu 13 ist das schlimme ist ja wie gesagt es funktioniert ja also er holt jetzt hier ein bisschen die kohlen aus dem feuer aber man könnte das ja vorher quasi nicht wissen dass das so läuft wir haben noch den p43 und unseren typ und die gegner haben noch in china kai mörder amx und so also jetzt will man arti ist natürlich ganz cool ihr wisst es werden sieben kills also alle kills gehen jetzt aufs konto vom teil 4 sich ab jetzt finde ich ja tatsächlich spielt das ist total großartig also ab jetzt kann man nichts mehr sagen ab jetzt spielt das genial er redet mit den anderen leuten er spielt das wirklich gut kann man nichts zu sagen jetzt hat es da drüben ist alles beim p43 ihr wisst wie das endet genau so ab jetzt kann man echt nichts mehr sagen jetzt spielte das grandios aber wären wir schon in dieser seltsamen situation gewesen wenn unser kollege hier am anfang das schon richtig gemacht hätte weiß es nicht oder wären wir alle schon down gewesen und der typ wäre auch schon kaputt keine ahnung ist es vielleicht so dass man wirklich sagen sollte man schaltet das team einfach aus und spielt ohne das team und sagt okay drauf geschissen ich spiel wie ich mag und 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 spiel nur für meinen stiefel jetzt zum beispiel den schuss hätte ich auf die auf die arti genommen muss ich echt festhalten den schuss hätte man auf die arti nehmen können ja gut jetzt ist ja ein sechser scout gegen fünfer und vierer also das sollte er eigentlich normalerweise runterreißen und vielleicht sollte man weiß ich nicht ist das vielleicht clever zu sagen ich warte bis die situation dann so ist wie sie jetzt ist das ist halt für den rest des teams unheimlich frustrierend ich war zu dem zeitpunkt unheimlich pissig ich war echt extrem gefrustet weil ja so ganz ohne scout ist halt auch kacke ich glaube er zusammen unser m6 war ja nicht schlecht um sechs hat vier kills hätte ja durchaus da auch sachen reißen können so glaube ich aber guck mal jetzt fährt er wieder den riesenbogen das ist zum beispiel clever das finde ich zum beispiel grandios alle erwarten dass du jetzt da oben über die bühne kommst und jetzt fährst du einfach ganz woanders hin da musst du die mobilität voll ausnutzen das finde ich total grandios also er spielt sehr gut er spielt sehr gut aber es ist halt die frage ist es wirklich taktik und sinnvoll das team einfach komplett zu ignorieren also das ist so glaube ich das was er gemacht hat am anfang hat einfach mal geguckt so ein bisschen darwin mäßig ja jetzt kriegt er dann mörder weil mit ihm hat hier niemand gerechnet dass er jetzt hier auftaucht war nicht vorgesehen und ja jetzt spielt er hier entspannt seinen stiefel runter also das ist tatsächlich hm sollte man das viel mehr machen ist halt die frage ich kann das ja nicht also es fällt mir total schwer und da bin ich schon gut in dem selbstsüchtigen spielen genauso rober fährt immer dahin wo die gegner sind und wo niemand von den eigenen leuten hin fährt und dann hält er sie auf und kämpft und kämpft und kämpft er stellt es auch heldenhaft an aber es bringt am ende nichts dafür kriegst du keine punkte dafür kriegst du gar nichts es wird am ende ja auch nicht bewertet wer hier wichtige positionen irgendwie gehalten und verteidigt hat am ende wird bewertet wer am meisten kills gemacht hat und wer am meisten schaden geschossen hat oder sowas ähm das ist ja die entscheidende frage so das noch ein shinukai und noch eine arti also das tatsächlich sollte das jetzt eigentlich gar kein problem mehr darstellen also zumindest kein größeres ja die mobilität um das hier ganz entspannt zu kontrollieren es ist noch genug zeit auf der uhr um das hier entspannt runter zu spielen hm da ist der shinukai das ist oh kette und der kommt nicht rein da kommt da nicht rein das ist schon hier könnte es durchaus nochmal kippen der shinukai spiel spielt das nämlich gar nicht schlecht naja ihr müsst berg hoch zirkeln die arti ist noch da kriegt er noch einen von der arti aber das war's hm und jetzt im hinblick darauf wäre jetzt für mich echt die frage ähm ist es so macht man es vielleicht wirklich falsch und man spielt zu sehr als team und so weiter sollte man das so machen sich rausnehmen als top tier erst mal gucken erst mal abwarten und dann abfarmen oder so keine ahnung ähm war gut gespielt also hinten raus man kann da gar nichts sagen er hat das grandios gemacht er hat das gut gelöst aber ähm musste man in die situation überhaupt kommen oder ja das ist die große frage also die frage nicht mehr es wäre ja total cool wenn ich ja einfach mal spontan ein paar kommentare drunter schreiben würde sagt mir mal was ihr denkt sollte man das mehr so machen na klar hat man ganz oft auch idiotenteams und dann wäre diese taktik vielleicht wirklich die bessere das würde mich echt mal interessieren in diesem sinne ich sage vielen dank fürs zuschauen wenn es gefallen hat lasst mir erstmal einen daumen da und ganz wichtig heute schreibt mal was drunter schreibt mal bitte drunter äh ja so geht das oder ja so geht das ne oder ja das ist doof oder es ist ein teamspiel oder was auch immer ich von meinem teil finde ja der erfolg gibt ihm ja im endeffekt recht es ist ja gut gelaufen sieben kills ein haufen schaden jede menge ep er hat ja das maximum rausgeholt aus diesem spiel während ich pfeife der ich vorgefahren bin um hier den scout zu geben einfach den frack voll gekriegt habe insofern ja wäre schön und ja sag bis zum nächsten mal ciao ciao der Ära